und du kommst doch nicht weg das ist so doof gemacht dass auch nicht die 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 spielst ja jetzt geht der scheiß schon wieder los so stein links rechts rüber das heißt diese richtung ja hier ist ja der kleine bachgericht man aber hier lang da kann auf einmal drüber klettern oder dieser zigeuner früher für den ausdruck gut versteckt den weg hier ja jetzt mittlerweile wissen oder welches ob ich schneller fertig mit atmen ist nicht ist gut richtig ein jung wie war das links abbiegen genau der typ hat nicht keine kondition ja guck mal 69 71 69 71 das guckt da können wir noch gucken wo wir jetzt sind 69 71 das habe wir sind hier sehr schön die koordinaten da war hier war man zettel gewesen gut das heißt hier ist die höhle raus und dann rechts rum genau müsste man eigentlich richtig sein jetzt hier ich versuche gerade den Weg zu finden der rechts lange sei aus wie eine passage das war da die an die hat jemand wusste müssen müssen hier sind grotten holen einmal hat er uns gesehen ich wollte ja rechts lang laufen es ist ja die da da ist ja da ist 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 diese blasmusik der flitz war ganz schnell vorbei der restlichen ausdauer die der hat dieser kleine rollung ich hoffe mal geradeaus ach guck mal sehr schön ich mag ich nicht nein mit dem nichts zu tun haben du bist ein hässlicher mongo ja jetzt hängt jetzt da bist du hier dass die spiel muss ja hier hoch weg dann nicht dann laufe ich halt unten weiter okay ja du kannst dich mal durch die bäume laufen was ein schwachsinn ey digga das spiel macht mit mir gerade was will das kiste schön schaue ich die musik gehen wir weiter da ist die brücke hier war aber gerade norbert die alte rasierklinge das heißt hier wieder zurück wir gucken wie ich da hochkomme hier irgendwo im Weg wo komme ich denn hier hin wenn ihr freut wo bin ich denn jetzt wie die F mal hier lang eventuell bin ich dann hier oben bei der Hütte ja da bin ich jetzt hier jetzt muss ich dabei irgendwie dran vor weil die frage ist nur in welche richtung in zettel täuscht das deine schule Musik etwas mehr boah diese Musik ey wieso habe ich hier gerade licht gesehen also diese ich bin jetzt erschrocken ja dieser scheiß Kackhütte wie da drin so und wie geht es jetzt weiter wie geht es jetzt weiter in welche Richtung muss ich jetzt vor allen Dingen ich habe jetzt bei der Hütte das müsste glaube ich das hier sein ich gucke dass ich mich jetzt rechts halte da muss Tittenberg laufen hier Tittenberg ähm ist das jetzt ich weiß ich müsste jetzt denke ich mal rechts laufen also in diese Richtung warte mal wo Hütte Hütte da da das heißt ich müsste jetzt glaube ich hier lang oder doch warte ich guck mal ich muss ja dann hatte ich ja vorhin auch ge vielleicht hier lang vielleicht hier lang so jetzt gibt es nochmal eine Kurve genau und jetzt nochmal eine Kurve genau ich glaube ja das bist du der Saal Tittenberg das ist nochmal eine leichte Kurve das ist nochmal eine offene Prärie hier unten ähm Karte was sagt uns die Karte das hier okay das heißt wir müssten ja gleich also wir müssen wir müssen zur Brücke was auch immer das da unten ist das heißt wir müssen jetzt rechts laufen äh habe ich rechts gesagt ich wollte eigentlich links aber noch nichts ja ähm gut Moment hier hoch hier oben sind wir doch schon mal gewesen genau genau das war ja äh genau aber da oben müssen wir doch lang sicher das ist jetzt hier gerade hoch meine ich zumindest muss hier jetzt ist dieser das heißt hier unten war irgendwo unser Speicherpunkt weißt du oben geht es ja gleich nochmal links weg aber hier am Berg da muss doch irgendwas sein mein ich zumindest jetzt wir furzen mal eben da hoch okay vielleicht aber auch nicht hier oben ist noch eine Korre so das heißt ach das heißt wir wären doch jetzt hier das ist dieser Altar oder was das ist mit den Säulen genau hier ja 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 genau so ähm aber uns zeigt die Koordinate ja äh 51 30 warum ist sie nicht abgehakt das heißt hier muss doch irgendwas sein 51 50 50 30 wo ist er 62 zwar ist hier und 51 warte mal ich wollte falsch 51 30 ist hier das heißt da sind wir fertig wir müssen auf jeden Fall ja wir sind da ab aber das Prozent m m äh ja okay das heißt ich biege so und rechts ab links auf die Lichtung Prozent wir waren ja vorhin schon mal da unten das soll es von überführen in der Stadt immer weg da so äh was wir gehen jetzt hier runter und dann gehen wir rechts Richtung Tour na wo wir ja nicht lang sollen wo so über die Brücke drüber die Brücke die Brücke die Brücke das war hier die Brücke genau und jetzt rechts rum und dann unten wieder links auf die alles klar Prozent 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 Alter Keuchel Husten Alter Lappen ich sehe nichts wie man mit dem Wind weg ich sehe nichts mehr sehr schlechte Idee so er muss ja irgendwo what baum ist das eine Brücke ist das hier sind wir schon hier gute Frage nächste Frage da hinten ist auch nochmal was aber ähm ja ich gehe einfach mal drüber so drüber da oben ist der Mast links von der europäule da ist der Brücke da ist die Brücke mein fuß abdrücke so ja wir sind jetzt über die nächste brücke drüber das müsste dann diese gewesen sein okay wir können jetzt genau da jetzt geradeaus weiter und dann gucken wir mal links vielleicht kann man ja einmal oben auf den turm da sind wir nämlich noch nicht gewesen aber das heißt müsste dann da ist noch ein bisschen weiter weg fürchte ich guck mal hier jetzt wird gespeichert knalligen anlegen ja wie da sind wir definitiv nicht wo sind wir jetzt hier sind wir jetzt guck mal geil das heißt wir haben noch unser zeltplatz platz ist hier das heißt ich will jetzt hier rauf damit ich mal zur antenne komme wenn der weg da und sind führt endlich was geil wie sieht es denn hier also soundbuck würde ich sagen soundbuck mal kurz auf die uhr gucken halb zehn so wie jetzt muss jetzt die antenne antenne müsste jetzt das heißt wir sind hier irgendwo nur zum augen gucken war für diese so eine wenige basis ich glaube nicht dass wir da lang die zettel das heißt wir müssen da rein für eine notiz das ist auf jeden fall ist da was komme ich hier lang eventuell nein da schleicht er sich jetzt nicht durch das ist einmal hier rumlaufen kommen wir da rein irgendwo alles zu sehr windig hier oben aber hier geht es rein ich laufe jetzt einfach mal hier oben ach guck mal da haben wir was gefunden dann sahen wir lichter am himmel eine menge lichter orangefarbene kugeln schwebten über den gesamten gebiet und erschien als käme der seltsamen orange nebel aus jeder ritze wir sahen einen mann der aus diesem licht kam ich weiß noch dass ich anfing zu schreien und er er ging zu ihm hin mein anton was auch immer er sich dabei gedacht hat aha so da sind wir jetzt da sind wir jetzt haben wir jetzt ein zettel ich habe gedacht wir werden jetzt hier oben aber wir sind wahrscheinlich jetzt hier wo die antenne ist und jetzt runter gesprungen kam jetzt verwirrt gerade ja dann mal hier gehen wir wieder hoch fall halt wieder runter auch kein problem gehen wir hier hoch gehen wir hier runter da ist sie wie sie aus den eingang ein wuncker wo es hier lang geht warum geht da eine tür zu da ist ein zettel da bleibst du draußen missvogel texting ich 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 Outro